Traditionell eröffnete am Wochenende Europas größte Oldtimer-Messe Retro-Klassik Stuttgart die diesjährige Oldtimer-Saison. Die Messehallen waren gefüllt mit klassischen Preziosen und es gab wieder einmal einige Raritäten zu bestaunen. Neben den deutschen Marken, die natürlich im Vordergrund standen, ist auf dem Markt eine deutliche Wandlung der Sammlerfahrzeuge zu spüren. Die Speerspitze bilden immer mehr die italienischen Edelsportwagen und die Rennfahrzeuge mit ausgewiesenen Renngenen. Lamborghini, Maserati und Ferrari begeisterten das kaufinteressierte Publikum. Bereits im Eingangsbereich im Atrium war zu erkennen, wohin die Reise geht. Mirbach hatte ein großes Potpourri an Fahrzeugen im Atrium zum Verkauf ausgestellt. Von oben sah es fast aus, als ob eine Spielzeugkiste mit Modellautos ausgeschüttet wurde. Doch bei näherem Hinsehen fanden sich einige echte Raritäten, die Männerherzen höher schlagen ließen. Deutlich zu erkennen war der Trend zu Neoclassics, dem Sammlerfahrzeug von morgen. Ganz im Zeichen des Rennsports standen auch zwei Sonderausstellungen auf der Retroclassics Stuttgart. Porsche präsentierte zu der im Porsche Museum stattfindenden Ausstellung 50 Jahre Porsche 917 einige Exemplare des Rennsportwagens. Vor genau 50 Jahren zeigte Porsche den damals neuen 917 auf dem Genfer Automobilsalon. Auf der Retroclassics tummelten sich die Besucher um die drei Chassis des berühmten Rennsportwagens. Gleich daneben auch das Porsche 356 Strich Zweig Münd Cabriolet von 1949. In der neuen BMW-Halle zeigte der BMW M1-Club eine Sonderausstellung mit BMW Rennboliden. Vom Faxenfeld-Coupé über den BMW 328 Touring-Coupé, dem BMW GT BMW M12-14 von 1985 bis hin zu Formel 2 March BMW und anderen Formel 1 Boliden gab es sehr viel zu sehen. Auch Jubiläen wie zum Beispiel das 60-Jährige des Austin Mini wurden bei den Clubs gefeiert. Gleich an zwei Ständen war eine Übersicht über die Modellpalette des kleinen Engländers zu sehen. Eine besonders liebevoll ausgestattete Ausstellung hatte der ProSidecar Club vorbereitet. Er präsentierte einige sehr schön zusammengestellte Motorräder mit Seitenwagen aus unterschiedlichen Epochen. Vom Reisebeiwagen bis hin zu Renngespannen. Natürlich erhofft man sich auch bei Messen Überraschungen zu finden. Wer aufmerksam über die Retro Classics lief, konnte einige Raritäten entdecken, wie den Panad X-56 Dolomit Tuchon E-Para von 1954, den Fiat Francis Lombardi 850 Grand Prix Special oder den südafrikanischen GSM mit Lotus-Technik. In einer weiteren Halle war auch noch der Alfa Romeo Disco Volante zu bestaunen. Sehr selten sieht man auch hier Marcos. Auf der Retro Classics gab es gleich zwei Exemplare. Den Traum von der großen Freiheit brachten die US-Cars näher. RD Classics hatte einige wirklich traumhafte Exemplare auf ihren Stand gebracht. Da musste auch ein Karl Geiger aus der bekannten D-Max-Serie der Geiger mit seinem Kamerateam am Stand vorbeischauen. Und das obwohl er selbst in der Halle 10 einen ganzen Freeway-Abschnitt mit Gulf-Tankstelle aufgebaut hatte und so das Publikum in die Welt der historischen und modernen US-Cars führte. Auch wenn die Retro Classics die größte Oldtimer-Messer Europas ist, lässt sich ein weiterer deutlicher Trend erkennen. Das Publikum interessiert sich ebenfalls für das reichhaltige Angebot der aufkommenden Youngtimer und den Neon Classics. Schließlich kennt automobile Leidenschaft keine Grenzen. a